Hallo Freunde, hier ist der Maik und in diesem Video möchte ich euch mal 5 DJ Übergänge zeigen, die ihr in eurem Alltag als DJ ganz einfach nutzen könnt. Viel Spaß! 5 verschiedene DJ Übergänge. Darum geht es in diesem Video und um euch die zu zeigen, nehme ich euch jetzt mal mit in meinen PC, in meinen virtuellen DJ. Oft sehe ich eine ganz ganz einfache Variante bei zum Beispiel Hobby DJs oder auch bei DJs, die ganz an ihrem Anfang stehen oder auch sehr sehr häufig bei Alleinunterhaltern, die von ihrem Alleinunterhaltergeschäft mittlerweile in das DJ eingestiegen sind, dass die einen Song einfach auslaufen lassen. Dann ist vielleicht sogar mal 1-2 Sekunde Stille und dann geht erst der nächste Song los. So wie ganz klassisch auf einer CD. Ich möchte euch das mal zeigen. Die lassen den Song jetzt hier einfach auslaufen und dann ist da vielleicht sogar noch 1-2 Sekunden Stille mit dabei und erst dann starten sie den nächsten Song und da ist natürlich dann eine komplette Tanzpause drin, sodass, wie gesagt, die Tanzstimmung, die Leute nicht weiter tanzen und nicht am Tanzen gehalten werden, weil einfach ein richtiger Break drin ist. Und ich möchte euch jetzt einfach mal bessere Möglichkeiten dazu mit an die Hand geben. Möglichkeit Nummer 1 ist das ganz einfache Ausfaden von Titel 1 und das gleichzeitige Einfaden von Titel Nummer 2. Das ist wirklich die simpelste Möglichkeit, die ihr nutzen könnt. Ich zeige euch das jetzt gerne mal. Hierzu wird einfach der erste Titel ausgefadet und während der ungefähr bei der Hälfte bis drei Viertel ist, fadet man den zweiten Titel einfach nahtlos mit ein. So kann man Songs einfach auch, wie gesagt, ineinander überblenden. Eine andere gute Möglichkeit ist natürlich unten den Crossfader zu benutzen. Hier habt ihr sogar verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, je nachdem, wie stark er überblenden soll. Und das kann man dann zum Beispiel auch einfach verwenden. Wie gesagt, die einfachste und simpelste Möglichkeiten, um zwei Songs miteinander zu verbinden. Bessere Möglichkeiten möchte ich euch jetzt nochmal mit an die Hand geben. Möglichkeit Nummer 2 ist das nahtlose Aneinanderreihen von zwei Titeln, sodass keine Tanzpause entsteht und die Leute auf der Tanzfläche weiter tanzen. Das ist ein Übergang, den habe ich vor 15 Jahren mir angeeignet, weil damals habe ich wirklich noch mit Discmans aufgelegt. Da hatte ich noch keine Pitch-Bahn-CD-Player oder ähnliche Sachen, sondern ich hatte auch nur Radio-Edits und musste mir angewöhnen, Songs aus dem Gehör raus oder per Gehör nahtlos aneinander zu reihen. Und dieser Übergang, den kann man sehr, sehr geil verwenden, wenn man Songs spielt, die einen ganz harten Cut am Ende haben und nicht einfach ausgeblendet werden. Zwei dieser Songs möchte ich dir jetzt mal zeigen und wie das Ganze aussieht. Ihr habt gemerkt, da war gar kein Break mit drin, sondern den Song, den haben wir einfach direkt mit dran gehängt. Und weil der eine Song halt ein ganz hartes Ende hat und der andere natürlich mit einem Hammer mit reingeht, kann man diese Songs verwenden, um sie einfach nahtlos aneinander zu reihen. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade im Rockmusikbereich. Eine weitere gute Möglichkeit ist der sogenannte Hard Cut. Dafür nutzt man einfach bestimmte Stellen in Liedern, wo ganz kleine Pausen drin sind, um da einen Break zu machen und einfach nahtlos mit dem nächsten Song zu starten. Dazu muss man allerdings seine Musik wirklich sehr, sehr gut kennen, die einzelnen Lieder, wie sie aufgebaut sind und welche Songs solche kleinen Pausen beinhalten. Zwei dieser Songs möchte ich dir mal zeigen, wie das Ganze zum Beispiel aussieht. Und sind direkt mitten im Song in einer kleinen Pause in Jennifer Lopez Let's Get Loud reingegangen. So haben wir die Dynamik und die Power auf der Tanzfläche beibehalten und haben trotzdem einen nahtlosen Übergang gemacht, sodass die Gäste auf der Tanzfläche auch einfach weiter tanzen können. Diesen Übergang könnt ihr natürlich in eurem DJ-Alltag sehr, sehr häufig benutzen. Und wie ich schon gesagt habe, Grundvoraussetzung dafür ist, seine Songs, seine Lieder zu kennen. Wie sind die aufgebaut? Wie sind die strukturiert? Wo sind solche Pausen machbar? Das kommt nicht von hier auf jetzt, sondern das muss man sich, wie gesagt, über Monate oder Jahre angewöhnen, weil man erst seine Musik dafür kennenlernen muss. Auch eine gute Mixing-Variation ist das Mixen über 4 bis 8 Beats, eventuell sogar mit dem Loop setzen. Das heißt aber, hier ist schon Grundvoraussetzung, dass ihr zwei Songs habt, die mit der gleichen Geschwindigkeit laufen. Entweder pitcht ihr die aneinander, ihr zynkt die aneinander. Zumindest ist Grundvoraussetzung, dass die hier dieselbe Geschwindigkeit haben. Ich zeige euch das mal mit Prinz und Kiss und mit Billie Jean von Michael Jackson. Übrigens habe ich dazu schon ein anderes Video gemacht, wie ich diesen Übergang wirklich im Detail mache, mit allen Variationen. Die findet ihr direkt in einem anderen Kanal. Jetzt hier möchte ich euch nur mal eine schnelle, kurze Version zeigen. Ihr habt jetzt hier gesehen, ich bin jetzt hier ziemlich hart reingegangen mit Billie Jean. Natürlich kann man dieses Ding auch lupen und dann ganz gemütlich einblenden. Hier sind auch eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zudem eine schnelle Überblendvariation, wie gesagt, findet ihr in meinem anderen Tutorial-Video, speziell zu diesen beiden Songs. Und hier das Ganze jetzt nochmal ein wenig smoother. Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, das zu machen, indem ihr einfach Loops setzt und wie gesagt, den anderen Song mit einblendet. Gerne könnt ihr auch ein bisschen mit den Filtern arbeiten oder besser gesagt mit den Höhen, mit den Mitten und mit den Bässen, sodass die Songs natürlich ein wenig aneinanderreihen könnt. Auch hier hilft einfach nur ausprobieren, testen, üben, üben, üben und der Kreativität sind hier natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Wichtig bei solchen Übergängen ist natürlich auch, dass ihr den Song, den ihr als erstes spielt, nicht direkt schon nach 20 Sekunden oder nach einer Minute ausblendet, sondern der Song, der geht ja dreieinhalb Minuten. Lasst die Gäste eine Zeit lang auf den Song tanzen, sodass sie sich auf den Song natürlich auch dran gewöhnen können und auch darauf einsteigen können. Ich erlebe das immer häufiger, gerade jetzt in der modernen Zeit, dass wichtige Songs nicht mal mehr 20 Sekunden laufen und dann direkt schon der nächste Song reingeknallt wird. Da geiert zwar der DJ, weil er mit seinen Mixing-Künsten angibt, für den Gast selber ist das aber wirklich sehr, sehr schwer, weil er keine Möglichkeit hat, sich auf einen Song, den er kennt, einzustellen und auch darauf tanzen zu können. Und eine weitere gute Möglichkeit ist das Mixen von Songs über einen längeren Zeitraum. Das wird zum Beispiel bei House Music oder elektronischer Musik sehr, sehr häufig verwendet, weil hier die Songs nahtlos ineinander übergehen und man gar nicht mehr hört, wo fängt der erste Song an und wo hört er genau auf, weil hier auch ein bisschen mit Höhen, Mitten und Tiefen gespielt wird und die Songs so ineinander gedrückt werden und auch ein bisschen drauf geachtet wird, wann geht das eine Instrument zu Ende, wann fängt vielleicht dasselbe oder ein ähnliches Instrument im nächsten Song wieder an, so dass man auch diese einzelnen Instrumente oder Frequenzen aneinander rein kann. Ich habe da mal was vorbereitet und das möchte ich euch jetzt genau zeigen. Den ersten Song stellt euch jetzt einfach mal vor, der läuft schon eine Zeit lang, auch wenn ich den jetzt einfach mal hier einblende, der ist drin und den zweiten Song mixen wir da jetzt einfach mal rein. 5. 6. 8. State. 12. 15. 16. Und da war der zweite Song auch direkt schon drin. Ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen mit den Höhen, Mitten und Bessen gespielt. Da sind eurer Kreativität aber keine Grenzen gesetzt. Also das macht jeder DJ anders. Der eine lässt den Bass drin, der andere blendet ihn bei einem zweiten Song erst ein. Da müsst ihr einfach ein bisschen ausprobieren, was eure Favoriten sind, was für euch am besten klingt. Das ist auch von Song zu Song, kann das ganz, ganz unterschiedlich sein. Probiert einfach aus. Hier macht Übung wirklich den Meister. Deswegen üben, üben, üben und diese Übergänge einfach öfter probieren, so dass ihr ein Feeling für kriegt und einfach ein Gefühl für die Musik und für diese Übergangsmethode. Lieder ineinander zu mixen, das sogar noch in der richtigen Reihenfolge, das ist die Kunst des DJings. Wenn du DJ bist oder einer werden willst, aber zum Beispiel bisher kein Instrument gespielt hast, dann sind dir Tonarten wahrscheinlich eher fremd. Im elektronischen Bereich ist das allerdings weit verbreitet, denn auch hier lässt sich Musik als Noten darstellen. Dafür orientiert man sich am sogenannten Quintenzirkel oder auch Camelette Wheel. Harmonisches Mixen ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Liedern und sorgt dafür, dass alle Elemente eines Lieds, wie zum Beispiel Stimmen, Melodie und Bassline, perfekt zueinander passen. Damit du harmonisch mixen kannst, musst du die Tonart jedes Songs kennen, den du spielen willst. Mittlerweile zeigen dir das sogar die einzelnen DJ-Softwares an, so wie hier auch zum Beispiel Virtuell DJ. Wichtig zu wissen ist, dass immer Lieder harmonisch zusammenpassen, deren Tonart identisch ist auf dem Quintenzirkel oder auch direkt nebeneinander liegt. Ich möchte jetzt nicht noch detaillierter drauf eingehen, setze dir aber mal einen Link von einem Blogpost meines Kollegen DJ Reverb in die Videobeschreibung hier unten rein, weil er geht in diesem Blogpost wirklich ins Detail und kann dir dieses Key-Mixing besonders gut beibringen. Klasse! Das waren fünf verschiedene Möglichkeiten DJ-Übergänge zu machen. Welchen du davon nutzt oder welcher dein Favorit ist, das bleibt dir selbst überlassen. Vielleicht hast du sogar noch eine ganz, ganz andere Methode, die du nutzt, dann teile sie mir doch mit und schreib sie einfach hier unten in die Kommentare mit rein. Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben und wenn du weitere tolle Tipps rund um das DJing bekommen willst, abonniere doch meinen YouTube-Kanal, den findest du direkt hier oben rechts. Da erwartet dich jeden Mittwoch mittlerweile ein brandneues Video rund um das Thema DJ. Viel Spaß, mach's gut, der Maik. Hallo Freunde, hier ist der Maik und in diesem Video möchte ich euch mal fünf Übergänge... Hallo, hier ist der Maik und in diesem Video möchte ich euch mal fünf DJ-Übergänge zeigen, die in ihr die... Ich kann nicht sprechen. Was ist denn da los, Mann? Hallo, hier ist der Maik.